Yippie jayay, 26. ungefähr 26. Übernachtung in einem Bett. Ich bin in einem Sumpf voller Pferde, aber ich habe wieder Karten und Boote und ein bisschen Diamantzolz. Im Grunde habe ich nur keine Ahnung wo ich bin und bin relativ zufrieden damit. Ich würde nur gerne wieder irgendwo hin, wo ich schon mal war. Das wäre sehr beruhigend. Und deswegen werde ich weiter mit dem Boot das Gelände erkunden und irgendwie ärgert es mich schon, dass meine ganzen Karten verschwunden sind. So, diese Karte ist jetzt relativ am Ende. Deswegen werde ich mal den Ort beleuchten. Damit ich ihn wiederfinde, denn hier bunkere ich eine Karte. Ähm, damit ich die Karte bunkern kann, muss ich natürlich erstmal eine Kiste bauen. So. Okay, okay, okay. Nehmen wir diese Seite. Äh, Karte bunkern und Karte neu machen. Also, kann ich das auch nicht mehr tun, weil mir das Schilf ausgeht. Obwohl ich in einem Sumpf bin. Na gut, weiter geht die Fahrt. Ja, immer dieses Anfangsbezucken. So. Was gibt es zu erzählen? Eigentlich gerade nicht so viel. Ja, mir fällt gerade wirklich nichts ein. Super. Genießt den Sumpf. Es wird eine ruhige Fahrt. Es gibt noch nicht mehr Musik. Ah, Schiff. Wunderbar. Ich werde nicht an Karten verhungern. So. Karten sind weg. Ja. Und zur Not esse ich den Zucker. Watch Hepper Hepper. Was für ein dummer Sumpf. Der hört nicht auf. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber es geht nach Gästen. Das ist auch ganz interessant. Ich hab den Kontinent nie verlassen. Das ist auf jeden Fall alles wertvolle Erkundungsinformationen. Auch wenn es ein ziemlicher Flug war. So wie oft wie ich die gleichen Wege gelaufen bin. So oft wie ich erbärmlich in dumme Situationen gelandet bin. Na, 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 na. Willst du etwa eine Stadt im Sumpf bauen? Warum ruckelst du so viel? Komm schon. Okay. Genießen wir die Musik. Ja. Es war deine Stadt. Trinkt sie mich. Da. Es war deine Stadt. Ich kann das, ich weiß das. Hunger durch. Und wenn ich dafür buddeln muss. Mit meiner Diamantschaufel. Haha. Nö, Schaft, ich lasse sie jetzt in Ruhe. Aber das nächste Schaft wird geschoren. Alter, ich schwöre. Genau hier. Nee, kann nicht sein. Passt nicht in die Karte. Mann, Mann, Mann. Aber was zum Henker? Okay, ich muss mehr nach hier. Es gibt spannendere Sachen als durch einen so hochzuregeln. Aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Oh, Sackgasse. Oh, noch mehr nach links. Schöne Stadt. So, könnte der Sumpf jetzt bitte mal zu Ende sein? Ah, soviel zu den Schafen. Ich bin schon fast hier am westlichen Ende. Ich brauche ein bisschen Wolle. Es wird bald wieder. Was, 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 was? Rechtsklicken, nicht linksklicken. Oh, das Boot geht wandern. Bye, bye, Boot. Nein, ich will doch rumsegeln. Ich habe ja noch genug Bote. Ja, hier noch eine Stadt und sie hat mich ermordet. Ähm, ja, ich denke, es muss mal wieder Zeit zu unterbrechen. Und in der nächsten Folge habe ich noch mehr zu erzählen.